Was ist ein posteriores aneurysma? Ein posteriores kommunizierendes aneurysma, auch als posteriores kommunizierendes Arterienaneurysma bekannt, ist ein Ausstopfen der Wand der posterioren kommunizierenden Arterie, eines Blutgefäßes im Gehirn. Obwohl der Grund, warum bestimmte Menschen diese Blutgefäßanomalien entwickeln, nicht vollständig verstanden wird, können Risikofaktoren rauchen, Bluthochdruck oder bestimmte Erbliche Zustände sein. Symptome der Erkrankung können Probleme mit Augenbewegungen oder Kopfschmerzen sein. Bei manchen Patienten wird eine chirurgische Behandlung empfohlen, um Komplikationen wie Ruptur des aneurysmas zu verhindern. Oft ist der Grund, warum sich ein posteriores kommunizierendes aneurysma entwickelt, schlecht verstanden. Bestimmte genetisch bedingte Krankheiten können Menschen dazu veranlassen, diese Erkrankung zu entwickeln, einschließlich des Ehlers-Danlos-Syndroms, der autosomal-dominanten polycystischen Nierenerkrankung und des familiären Aldosteronismus-Typ I. Andere Risikofaktoren könnten Rauchen, Bluthochdruck und niedrige Östrogenspiegel im Blut sein. Einige der erkennbarsten Symptome eines posterioren aneurysmas sind Sehstörungen. Das aneurysma komprimiert den Nervus Oculomotorus, auch bekannt als Hirnnerviii, der Signale vom Gehirn zum Auge überträgt. Diese Kompression kann Probleme mit der Bewegung des Auges verursachen, was dazu führt, dass das Auge in einer festen Position nach unten und vom Körper wegschaut. Bei einigen Patienten kommt es aufgrund der Kompression des N-Oculomotorius zu einer Erweiterung des betroffenen Auges. Da Patienten normalerweise nur ein hinteres kommunizierendes Aneurysma haben, treten diese Symptome normalerweise nur in einem Auge auf. Die am meisten gefürchtete Folge eines hinteren Aneurysmas der kommunizierenden Arterie ist Struktur. Wenn dies geschieht, bricht das Blutgefäß auf und Blut fließt in das Gehirn. Blut in dieser Region des Gehirns zu haben, wird als Subarachneudalblutung bezeichnet. Wenn sich genügend Blut ansammelt, kann dies lebensbedrohlich sein, da es das Gehirn aus dem Schädel verlagern und die Hirnstammregion komprimieren kann, die für kritische Körperfunktionen wie Z-Atmung. Eine Subarachneudalblutung kann auch neurologische Defizite verursachen, wie Zb eine Schwäche der Körperhälfte, da das Blut die normale Funktion des Gehirns beeinträchtigt. Die Behandlung eines unversehrten hinteren kommunizierenden Aneurysmas kann schwierig sein. Normalerweise empfehlen Ärzte, dass Patienten mit Aneurysmen mit einem Durchmesser von mehr als 0,4 cm Durchmesser ihre Aneurysmen operativ reparieren lassen. Ein Patient mit einem kleineren Aneurysma könnte durch regelmäßige bildgebende Untersuchungen überwacht werden, um nach einer Vergrößerung des Durchmessers des Aneurysmas zu suchen. Wenn bei einem Patienten Symptome im Zusammenhang mit dem Aneurysma auftreten, wird in der Regel ein chirurgischer Eingriff unabhängig von der Größe empfohlen.